Hallo und herzlich Willkommen Leute zu einem neuen Video und zwar gibt es heute die Sternraketen von Funke. Jeder schwärmt ja von den Funke Raketen. Zehn Stück sind in der Packung mit fünf verschiedenen Effekten. Jede Rakete hat 15 Gramm Schwarzpulver und man bekommt sie im Moment noch bei PyroWeb für 17 Euro. Schreibt mal in die Kommentare ob der Preis gerechtfertigt ist und jetzt viel Spaß beim Test. Ja, da würde ich sagen wir testen jeden Effekt mal durch. Also hier die ganze Reihe Raketen. So wir starten jetzt hier mit der silbernen Cracker und Rot. Sehr sehr schön. So jetzt die rote Rakete. Weiß Blinker und Rot. Boah, was ein Bouquet. Hammerhart. Jetzt die goldene Corolla und Rotblinker jetzt mit der goldenen Kappe. Boah, auch der Hammer. So jetzt die grüne, äh Brokat und grünen Blinker. So und jetzt noch gold und blau mit der blauen Kappe. Boah, sehr edel. Gold steht auch noch. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal.